Joch, heißhasser, es geht schon wieder los. Und zwar die römische Kampagne mit dem Kapitel 5 im Ödland. Das sieht doch toll aus. Ja, ein schönes Bild... äh, was? Okay, ich habe ganz vergessen, dass das anscheinend doch ein bisschen Story noch hat, das Spiel. Um uns herum nur öde Wildlust. Die Ränder dieser Welt scheinen unüberwindliche Gebirge oder Lavaströme zu sein. Es ist unmöglich, hier die Zeit zu bestimmen. Ein Diffuses, immer während das Zwielicht liegt, über allem, als gäbe es weder Sonne noch Gestörner. Welche Wunder und Gefahren liegen hier verborgen? Fortfahren. Keine Ahnung, was hier verborgen liegt. Aber trotzdem können irgendwie Bäume wachsen. Und das finde ich lustig, wenn ich gar irgendwie ein bisschen... cool. Was ist mit meiner Maus heute los? Irgendwas klappt hier nicht. Oder ich habe einfach nur zu wenig Schwenkfreiraum. Ja, ich bin krank mal wieder. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das Problem ist, dass aber die Aufnahmen von die Siedler 2 ausgelaufen sind. Und das heißt, bevor ich jetzt jeden Tag ein Hexen-Let's Play bringe, möchte ich es noch abwechselnd machen oder abwechselnd lassen. Und deswegen mache ich jetzt die ganze Sache mit Siedler noch fix eine Aufnahme. Und ich weiß nicht, wie lange die jetzt wird. Eine halbe Stunde. Maximal eine Stunde. Und dann dürfte das gegessen sein. Und ich arbeite mich noch nach hier unten vor. Aber damit ihr jetzt in den nächsten paar Tagen schon mal ein paar Videos von mir habt. Und dann werde ich sehen, dass ich mich in den nächsten Tagen ein wenig auskurieren kann. Was aber viel wichtiger ist, ist jedes Sägewerk. Also das ist ja ganz wichtig. Ich werde mal gleich gucken, was wir hier so alles drin haben. Also wir haben Bretter. Anscheinend auch genügend Bretter und genügend Steine. Wir haben Rohstoffe. Ähm, keine Goldmünzen. Warum auch immer. Ja, und wir haben Soldaten. Ja, gut. Warum haben wir keine Goldmünzen? Das finde ich gerade ein bisschen schade. Können wir hier Bauernhöfe bauen? Beziehungsweise bringt es uns etwas, hier Bauernhöfe zu bauen? Ja, wer weiß das schon so genau. Hier oben könnte ich noch einen Steinbruch hinzimmern. Und dann hätten wir auch schon den Start unserer, äh, unseres kleinen Dorfes. Genau. Hätten wir auch schon, äh, ja. Ich, äh, hab so ein bisschen Probleme mit meinen Worten heute. Äh, die Worte zu finden ist ja nicht immer ganz leicht. Und Wege zu setzen auch nicht. Deswegen, genau, machen wir das Ganze so. Dann hoffen wir, dass der Bauernhof hier unten noch ein bisschen arbeiten kann. Und das alles so funktioniert. Jetzt habe ich glatt vergessen, wie man halt dieses Spiel spielt. Denn, das ist ja schon eine Weile her, dass ich das letzte, äh, die letzte Aufnahme gemacht hatte. Die war nämlich direkt an meinem Geburtstag am Ostermontag. Brauerei Brunnen. Ach so, genau. Brunnen muss ich noch bauen. Wenn ich's dann kannte, so. Jagdhaus Fischer heute. Gut, das hier ist nur als See zu identifizieren. Beziehungsweise als, ja, das hier wohl eher nicht. Ja, als Teich, wo Fische drin, äh, schwimmen könnten. Es aber wahrscheinlich nicht tun. Ah, haha. Irgendwann ist sowieso kein Fisch vollkommen. Wetter. So, den Brunnen kann ich auch hier sitzen. Auch wenn hier verborener, ver, verborener, verlorener Bauplatz ist eigentlich jetzt. Aber egal. Ja, Schweinezucht. Schweinezucht. Da komm ich hier. Schweinezucht. Und. Schweinezucht. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit auf eine... Fleischerei. So, jetzt haben wir erstmal nichts, äh, wofür wir die... Ja, haue ich auch noch eine Fleischerei hin. So. Und da haue ich jetzt eine Mühle hin. Äh, oder eine Brauerei. Doch, Brauerei. Ist wichtig. Bier ist immer wichtig. Ob wir Soldaten wollen oder nicht. Hauptsache erst, wir Bier auf Lager haben. Alles andere ist nebensächlich. In diesem Sinne... Muss nicht gerade mal husten. Okay, wie machen wir jetzt weiter? Wir verbinden das Ganze und drücken, äh, auf V so wie immer, wenn man es nicht gerade vergessen hat. Äh, da kommt auch schon der erste Förter, 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 genau, Förster aus dem Hauptgebäude. Und die Bretter werden weniger. Die Bretter werden immer weniger, das kennt man schon. Und wer will denn nicht gerne einmal zum Frühstück, äh, zum Abendbrot auch Käse, Schinken, Croissants selber machen? Und das habe genau ich nämlich gerade getan. Wer es mir nicht glaubt, der kann, äh, äh, ja, der kann sich selbst einen digitalen Bilderrahmen kaufen und darauf die Bilder der letzten 5, 6 Partys sich angucken. Äh, der wird sowieso bald hier von meinem Schreibtisch verschwinden. Warum ich das erzähle? Weil ich dann nicht mehr abgelenkt bin. Also, weil ich jetzt noch abgelenkt bin von meinem schönen digitalen Bilderrahmen, der ist so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich den hier, äh, weghau, dann, äh, werde ich ja auch nicht mehr abgelenkt sein. Hey, man kann, man kann, wow, jaja, ist in Ordnung. Man kann hier die einzelnen Punkte der Staats, Staatsgrenze, der Hoheitsgebietsgrenze, Grenze, ja, mit K, kann man hier mit dem, mit dem tollen Cursor verfolgen. Das ist ja schön. Man kann hier anscheinend alles verfolgen irgendwie. Das ist ja auch schön. Und man kann auch warten. So, die Holzproduktion scheint angefangen zu haben. Die Holzfelder fällen Holz. Mit anderen Worten, fällen Bäume. Und dann kann es auch gleich weitergehen mit den Sägewerken, die dann irgendwann hoffentlich fertig werden. Also, ich weiß ja nicht, was, 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 ich rege mich gerade so ein bisschen auf, dass ich schon wieder vergessen habe, hier oben das V hinzudrücken. Denn jetzt ist wieder so eine Zeit gekommen, bei der ich nicht sorge, nicht weiß, was ich sagen soll. An dieser Stelle grüße ich meine kroatischen Freunde, die jetzt eine Woche lang bei mir, äh, genächtigt haben. Und, äh, sage ein herzliches, äh, hallo und, äh, freue mich, euch wiederzusehen. Ja, toll, Kroatien ist jetzt erstmal wieder weg. Aber dafür werde ich ja bald hinfahren. Nach Kroatien. Und, äh, wenn man halt so zwischendurch sich denkt, was lade ich hier und was ist das schon wieder für eine lange Weile, die ich hier verbreite, dann ist es auch mal ganz gut, so einen Gedanken zu haben und sich zu denken, hoffentlich schmiert die Aufnahme wieder ab. Oder hoffentlich passiert irgendwas, dass ich das nochmal aufnehmen kann und einen ordentlichen Grund dafür habe. Aber wahrscheinlich wird das nicht passieren, deswegen müsst ihr das ertragen, dass ich hier jetzt so ein Schwachsinn und so eine Scheiße habe. Äh, ja, ihr müsst es halt aushalten. Müsst es halt aushalten. Ja, zweimal halt in einem Satz ist auch toll. Die Wachstube wird demnächst fertiggestellt. So wie ich das sehe, wird hier kaum Stein mehr transportiert, sondern, ja, gut. Die ganze Bretter werden natürlich priorär. Krio, ja, priorär. Sagt man dann priorär oder sagt man primär? Also priorär im Sinne von, ähm, mit höhere Priorität. Naja, hier kommen auf jeden Fall noch Steine und so wie es aussieht, hat die Baustelle auch keine mehr. Äh, das Holzgerüst scheint ja zu stehen, wenn ich hier mal ranzoom. Äh, Pixel, Hilfe. Ähm, wenn ich hier jetzt nochmal ranzoomen würde. Da, da, Beobachtungsfenster. Da haben wir noch mehr Pixel über Hilfe. Da sieht man, wie das Holz halt verpixelt ist. Äh, wie hier Pixelholz steht. So, ja, es wird wieder gearbeitet. Scheint so, als wenn hier Stein gekommen ist. Und durch diesen Stein, der hier gekommen ist, baut sich auch gleich die Haustür mit auf, die aus Holz ist. Ja, komm, geh weg hier. Ja, komm, geh weg. Ja, das kennt ja der Einige dieses, ja, komm, geh weg. Das ist auch nicht von mir. Das ist von, also ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgend so ein Typ bei Nightwash hat das mal gesagt. Der meinte, komm, geh weg, äh, widerspricht sich ja selber so, schon so ein bisschen. Das ist ja das gleiche wie, scheiße, ich muss pissen. Und, äh, genau mit diesen Worten möchte ich jetzt auch, äh, einfach nur darauf warten, dass die Wachstube immer fertig wird. Mensch. Hier, also, Mensch. Wie nennen wir ihn denn? Udo. Bau mal ein bisschen zu. Udo. Die Arbeiter heißen jetzt Udo. Es ist sowieso ganz gut, glaube ich, so ein Spiel auch, äh, Namen, in so einem Spiel auch Namen zu verteilen. Wenn jetzt zum Beispiel, äh, wir einen neuen Werftarbeiter hätten, dann würde der auch Heinz heißen, genauso wie der Alte. Denn es ist ja letztendlich, heißt hier alle Werftarbeiter gleich. Und wo kommt jetzt hier mit dem Soldat? Ach da, der ist schon auf dem Weg. Ha, 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 ha. Das heißt ja, wir können bald ein bisschen Zivilisation errichten. Ha, wir haben schon eine Zivilisation, aber da kann man so jetzt nicht viel mitmachen. So, hier würde ich ja am liebsten alles Bauernhöfe errichten, habe ich aber gerade keinen Bock drauf, weil ich lieber Wachtörer baue, die ich, boah, nee, nichts ist mit Festung. So viele Steine habe ich ja hier nur auch nicht, obwohl hier eigentlich ja ziemlich viele Steine vorkommen sind. Das hat ja so ein Ödland hier, oder die, ja, die Ödnis so an sich. Tja, ich wollte noch eine weitere Produktion bauen, genau. Hier pflanze ich erstmal wieder zwei Bauernhöfe rein, glaube ich. Ja, da kann ich nichts anderes verbauen. Doch, hier. Eine Mühle hatte ich jetzt gebaut, richtig? Eine Mühle. Und jetzt kann ich hier noch eine Bäckerei bauen. Toll, wie sich das alles zusammenfindet. Und noch ein Weg, und noch ein Weg an die Fahle. Und noch ein Weg an die Fahle. Und noch ein Weg an. Ja. Okay, so wollen wir das, und nicht anders. Wie sieht es denn, ich habe zwei Brunnen. Eigentlich kann ich doch, ich habe da so ein ungutes Gefühl bei, wenn ich hier einen Brunnen baue. Aber so wie es aussieht, kann ich den Weg durchziehen. Ja, fixiert den Weg durchgeklatscht. Ist ja nicht das Problem, macht man nun mal wieder. Ich habe übrigens deswegen, glaube ich, leckt die, ja, was heißt, leckt die Maus. Deswegen spackt die Maus so ein bisschen, beziehungsweise macht nicht das, was ich eigentlich in Gedanken will. Weil ich hier eine Fischhörte vergessen habe. Hier haben wir nämlich direkt vor mir so eine riesige Packung. Merci liegen. Finest Selection. Große Vielfalt. Assorted Chocolates. Von Stork halt. Wie man das so kennt. Und, äh, da habe ich so meinen Arm drauf liegen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz blödes Erlebnis gerade. So ein Zocker-Erlebnis, was nicht wirklich ein Zocker-Erlebnis ist. Also ich finde, äh, das, übrigens, ich habe mir das ja mal Militärgebäude besetzt. Genau, ich habe das Militärgebäude ja mal besetzt, so zwischendurch. Nein, ich habe mir ja die Aufnahme hin und wieder mal angehört. Und, äh, habe mir vor allen Dingen die Aufnahme angehört, in der ich gewechselt habe. Also in der dieser Schnitt drin war und ich dann auf einmal ein neues Headset hatte. Da war ich dann auf einmal viel fröhlicher und habe auch viel besser geredet. Und, äh, nein, aber Fakt ist, was ich sagen wollte, ähm, ich finde ja dieses neue Headset toll. Und ich finde auch, dass meine Stimme da viel mehr zu Geld umkommt und viel mehr nach meiner Stimme klingt. Und nicht mehr nur so nach meiner Stimme. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie seht ihr das denn? Was, was habt ihr da, äh, ja, was habt ihr dazu zu sagen? Ist das neue Headset scheiße? Äh, höre ich mich scheiße an? Ist meine Stimme an sich blöd oder langweilig? Sollte ich lieber über politisch relevante Themen reden, so wie die Piratenpartei und die Grünen? Oder sollte ich, äh, gar mehr meine Stimme operieren lassen? Quasi Stimme da rausreißen selber und dann, äh, neu bauen. Also neu bestellen. Was haltet ihr davon? Also, äh, ich hab, äh, persönlich denke ich mal auch nichts dagegen. Also ich denke mal, dass ich da nichts dagegen hab. Genau wissen kann man das ja immer nicht. Ich hab ja nichts dagegen, hier noch ein paar Wege hinzubauen. Wow. Ich war neulich im Landtag. Das war toll. Das war richtig Landtag. Ja gut, ich hab ja jetzt noch nicht die Antwort von euch, ob ich, äh, überhaupt über Politik was erzählen soll. Äh, deswegen lass ich das am besten. Ich hab nämlich da eine ganz neue Einstellung gefunden. Äh, ich, ich, äh, ja. Hab jetzt eine ganz neue politische Meinung. Hab ich komplett umorientiert hier jetzt, nachdem ich da im Landtag war. Und, äh, bin jetzt, äh, weil ich verrate das jetzt einfach nicht. Das stimmt nämlich so. Was? Was? W-w-w-what's, äh, genau. Und mal mit anderen Worten zu sprechen. Davon? Ja. Das kam ein bisschen ganz komisch. Aber ich mein, ja. Also, also echt, äh, äh, äh. Ich glaub, ich reiß den Bauernhof wieder ab. Hab ich hier zwei hingesetzt. Ich reiß die Bauernhöfe wieder ab und da geh ich erstmal was fortan, glaub ich. Ach man, dieses Ödland hier, das ist ja echt mal total beschissen. Ja! Ach komm, Essen ist viel besser. Und aus diesem Grund bin ich jetzt auch wieder vom ersten zurück. Und wir können weiter spielen. Hier lodert das Feuer noch schön, was ich hier gerade abgerissen hab. Und die beiden Türme. Was ist das denn? Ach, okay. So sieht das also aus. Hä? Was? Warum hab ich den da gesetzt? Ach, egal.